Wir sind wieder ein Miner und wollen wieder in dem Schloss Schatzgrunbergen. Willkommen zurück bei Rogue Legacy. Hallo. Ja, gleich mein Hähnchen. Das war jetzt auch so nötig. Und noch ein Hähnchen. Ja, wenn ich das gewusst hätte, ne? Dann hätte ich es gewusst. Und weil ich nicht nachgedacht hätte, hätte ich es trotzdem falsch gemacht. So in etwa. Wow. Nope. No, Sir. No, Sir. No. Oh, je. Okay. Nein, das war doof. Jetzt habe ich das verschwendet. Aber es macht ja nichts. Bei Mana kriegt man sowieso in jeder Ecke hergeworfen. Da möchte ich einfach mal nicht hin, sondern hier. Das sieht doch wesentlich freundlicher aus. Seht ihr? Das sieht freundlicher aus. Und das bringt mir genau nichts. Und da könnte man als Kleiner rein. Warum auch immer. Aber ich habe es gesehen. Das wollte ich total stolz verkünden. Dass ich noch was sehen kann. So. Runter oder hoch. Ich entscheide mich für runter. Und merke, dass es eine bescheuerte Idee war. Naja, es geht so. Seht ihr? Da sind die Mana auch schon wieder da. Nein. Doof. Hm. Was nehme ich das denn einfach so ohne jeden Grund? Verdammt. Das war schön so dumm. Fick dich. Alles weg. Alles sterben. Alles qualvoll. In irgendeiner Krankheit, die ich nicht kenne. Verrecken. Äh. Hier unten ist das. Und hier links ist ein Einzelraum. Ja, dann gehe ich auch hier hin. Einfach, weil es geht. Und weil ich hier nichts machen kann. Arschloch. Um es mal höflich zu sagen. Ich hätte auch ausfallendere Sachen nennen können, die mir gerade nicht einfallen. Ja. Kannst du mal sehen. Und da habe ich gerade 5,4 Leben gekriegt. Weil irgendwas gestorben ist, von dem ich gar nicht weiß, was es sich überhaupt gegeben hat. Stopp. Ja. Okay, dann gehe ich hier unten. Und hier ist... Ähm. Äh. 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 Folgt mir nach links. Und dann... Wow. Es hat sich gelohnt. Minimal. Was ist hier? Nein. Was wäre hier? Eieiei. Oh, shit. Okay, das war eine total bescheuerte Idee. Aber hier ist ein Hähnchen. Und hier bin ich gerade, ne? Ich habe mich da in Teleportiert, wo ich gerade bin. Das ist auch ein bisschen genius. Ja, wenn ich es jetzt hier nicht verkackele, dann nehme ich immer das wieder und... Das habe ich eben gerade total doof gemacht. Aha, ja, haha, du wirst mich niemals treffen. Zumindest nicht in diesem Raum. Ein paar deiner Artgenossen machen das ganz gerne mal. Und jetzt muss ich da oben lang. Willst du mir das erzählen? Das ist doch doof. Das ist zweimal der gleiche Raum, nur einmal gespiegelt. Shit. Hat er nicht auch so irgendwas cooles unsichtbar machen? Nein, hat er nicht. Ja, geh hoch. Mann, ey. Die Vitae... Mit acht Leben, genau. Oh, das ist... Das kommt jetzt wie gerufen. Das ist, ja... Könnte daran liegen, dass ich es gerufen habe. Habe ich eigentlich gar nicht. Aber es ist trotzdem willkommen. Und ich gehe nochmal rein und raus. Einfach nur, um so zu machen, so zu machen. Egal. Diese zwei Münzen sind wir einfach mal Wayne. Wayne interessiert's. Wah. Nix da. Tschüss. Da falle ich einfach mal ganz noch unten. Warum auch nicht? Ah. Münze. Hähnchen. Und Skelett. Miau. Ach ja. Da war ja ein Raum. Nein. Ach, ich habe den Waldtrip verletzt. Die haben auch eine Lebensanzeuge. Das wusste ich gar nicht. Ja, dann... Bleibt mir nichts anderes übrig, jetzt da lang zu gehen. Vielleicht schaffe ich es sogar. Wer es glaubt. Ah, einen besiegt. Voll... Ach, du Schatschewasche. Den musste ich schnell besiegen. Den Lila-Nen-Zauberer. Ich versuche gerade, alles zu besiegen, ohne zu sterben. Äh, was lebt denn noch? Das zu Gemälde und... Das war's. Haste, Ruhe und Helm. Geht kaputt. Bum, bum, bum. Macht alle meine Kleider. Weg da. Weg, Tra. Was ist Weg, Tra? Ja, irgendwie kam mir das in die Erinnerung. Ich weiß aber nicht, wovon. Gibt's das irgendwo? Glauben nicht. Wohm. Bäm. Bäm. Jetzt haben wir geht hoch und runter. Das ist interessant. Weg. Ja, so lustig, ne? Wie ich dich töte. Das habe ich auch schon gefühlte 3000 Mal gesagt. Also, das ist lustig, wie ich dich töte. Ah, tschüss, tschüss. Okay, und dann legst du uns ja auch noch eine Kiste. Das ist schön. Vielleicht lohnt sich dieser One ja sogar. Das wäre doch mal was ganz Tolles. Okay, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als nach unten zu gehen. Ach, da leben ja noch einige. So, jetzt nicht mehr. Okay, hier brauche ich gerade nichts. Dann kann ich auch in den Wald gehen. Uhu. Weg. Tra. Oh, ne. Hier sterbe ich doch nur. Oder auch nicht. Dann gleich auf dem Rückweg. Ich wollte aus dem Raum raus. Ah, no. Was kannst du eigentlich schon wieder durch die Wand schießen? Kannst du das mal verraten und du auch... Komisches Feiert. Was ist da oben drin? Nix. Da. Auch nix. Und da. Auch nix. Geil. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Obwohl ich jetzt nicht ein Skelett wahrscheinlich gar nicht mehr ficken kann, aber... Lassen wir das. Das war auch gut. Wow. Oh Gott. Aha, ihr seid keine Augen. Ihr könnt nicht durch Wände schießen. Zumindest nicht so gut. Könnt es zwar auch, aber nicht ganz so gut. Ihr seid noch in der Ausbildungsphase und irgendwie genau wie ich im Ausweichen. Bin ich auch noch in der Ausbildungsphase. Und die Ausbildung ist nicht gerade sehr gut. Oh. So, und der muss sterben, wenn das... Wenn sein Ding da oben drin ist, dann sterben nämlich beide. Weg. Ich wollte eigentlich erstmal hier in diesem Raum noch gucken, was hier noch ist. Ob das eine gute Idee war oder nicht, sagt uns gleich das Licht am Ende des Tunnels, was ich dann sehen werde. Bye, bye. Was folgt ihr mir auch? Aus der Fähne hättet ihr mir viel mehr schaden können und... Du verdammtes Arschloch. Ja, das werden wir wieder verkacken. Ja. Seht ihr jetzt? Schaffe ich nicht mal das Erste. Das ist ja... So, Erste habe ich. Zehn Gold. Wow. 30. 40. Und jetzt wird es wieder nichts. Passt auf. Hm. Oh, wow. Ich fühle mich gut. Hey. Ja, ja, ja. Immerhin habe ich Sex getroffen. Ich glaube, das war ein neuer persönlicher Rekord. Oh. Oh, Münze. Münze. Eine. Oh, noch eine. Der Raum ist nötig. Total. Ist das hier unten nötiger? Eventuell. Oh, ja. Das ist tatsächlich ziemlich nötig, weil hier ist der Boss. Bisschen Gold davor. Und ein Hähnchen. Ähm. Versuch... Ne, schaffe ich eh nicht. Guter Vorsitz, das schaffe ich eh nicht. Das ist doch wahr als meiner. Ich meine, hallo. Ich hoffe, probiere ich ihn nochmal, wenn ich hier nichts mehr habe. Ha, 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 ha. Bäh. Den habe ich falsch besiegt. Als die starre Kugel außerhalb war, nämlich. Die fliegt euch... Mhm. Danke. Du müsstest stehen, Defeat the enemy, which you can't, because you don't have the right thing, dude. Oder so ähnlich. Oh. Kaputt. Warum auch... Warum auch immer so viele Feuermagie am Wald sind? Müsst ihr ja nicht anbrennen oder so. Ach, scheiß auf Logik. Äh, nein! Haha, du bist tot. Wie viel hier oben noch ist, hätte ich gar nicht gedacht. Ehrlich gesagt. Also, ganz jährlich. Oh. Ganz jährlich. Ganz jährlich. Okay. Und... Hast du davon? Was triffst du mich auch einfach hier? Komm hoch! Ja, jetzt... Jetzt springst du, ne? Ach so, das ist nur so ein Pferd. Was eigentlich total harmlos ist. Das Gemeine ist halt, dass es kein... Dass es nicht zurückgeworfen wird. Ja, komm. Hallo. Muss gar nicht so winseln. Wer hat denn hier zuerst angegriffen? Ich oder du? Ja, eigentlich ich, aber... Ja, ich hab... Na, hm. Hm. Na. So, und hier oben. Ohne Schaden. Wie hab ich das denn gemacht? Ei. Ich hab Zeit. Oh, ein Critical Hit. Wow. Der hat ja viel mehr Schaden gemacht. Und noch ein Critical Hit. Und tschüss. Ich denke, das hat sich gelohnt, ja. Definitiv. Und das war nicht... Ausnahmsweise mal nicht ironisch. Boah. Er meint, was ernsthaft was er sagt? Das ist ja unglaublich. Aha. Ihr denkt wohl, ihr könnt mich einfach treffen, weil ihr außerhalb... Ähm... Weil ja... Äh... Weil zwischen... Weil ne Wand zwischen mir und euch ist. So. Ja. Das waren auch ein bisschen mehr Gratisgold. In Ehren kann niemand verwehren. Und... Ja, könnte schon, aber ist ja blöd. Bam. Und jetzt. Dann ist er tot. Und dann ist er auch kaputt. Wie viel ist hier oben bitte noch? Ich dachte, hier Wald wäre mal zu Ende irgendwie. Ne, warum auch? Da ist noch ne Kiste. Ach, verdammt. Scheiße. Und weg. Zwei Treffer, von denen ich ja fast meine ganze Energie verloren. Es ist... Etwas übertrieben. Ja, komm runter. Wenn du dich traust. Du Nudel. Ne, du bist keine Nudeln. Äh, du bist keine Nudeln vor allem. Ey. Sag mal. Hallo? Geht das auch mal wieder weg? Danke. Ey. Ranger-Helm. Ja, das ist doch okay. Weg mit dir. Jetzt ist der Wald aber wirklich zu Ende. Wie groß das... Wie groß der war? Schaut euch das mal an. Jetzt stehe ich hier mit... Äh, 18... Äh, 22 KP und 25 Mana. Hm. Das ist ja sehr viel. Hier links war noch was, ne? Ja, du hier. Und was war hier? Ach, diese Verbindung. Ja. Haha. Einfach mal rüber gehen, weil ich hier noch nicht war. So, da bist du. Ja, was mach ich jetzt am besten? Hier kann ich noch hoch. Hier war ich noch nicht. Wie viele Deinemies? Ist das was mögliches oder brauche ich eine bestimmte Fähigkeit? Hey, das ist was mögliches. Bin beeindruckt. Was möglich ist... Ähm... Ich nehm' ich nehm' das mögliche zurück. Schau mal, wie viele Pferde das sind. Blob, blob, blob. Die ganzen Blobs erstmal ausschalten. Bei mir ist auch die Pferde zwischendurch treffen. Das interessiert dich gar nicht, oder? Mit dem Stacheln. Dummes Pferd. Ich bin schneller als ihr. Hey, ich hab alle getötet. Und was krieg ich jetzt? Für ne Rune? Gracewound, Bracers. Was auch immer die bringt. Ich weiß es nicht. Nichts. Okay. Hm... Was war hier für ein Raum? Achso. Leider laden die sich nicht auf. Das finde ich etwas schade. Hätte ich gerade gebrauchen können. Ach, guck mal. Ich kann ja noch das hier mitnehmen. Den Boss mach ich jetzt bestimmt nicht. Aber ich kann hier hingehen und dann nach... Äh, da links weiter. Ja, in einen Raum. Und ich kann das hier. Auffrischen. Muss ich jetzt noch oben oder auch links sein? Eigentlich egal. Aber ich geh mal nach oben. Nee, das ist kein lebendes Bild. So hat für ne Mikrosekunde so aus, fand ich. Wahrscheinlich hab ich nur Halluzinationen. Tschüss. Ja. Ich kann mich auch jedes Mal halb tot lachen. Und du lachst dich ja sogar ganz tot. Take no... Sterbe ich nur wieder. Alle weg. Allein. Nee, nicht allein. Alle. Wollte ich sagen. Doom. Hey, das ist gut. Kann ich nur noch zu Maya, falls es hinhaut. Aber ich hab schon über 10.000 Gold. Das find ich voll gut. Ja, da ist Maya jetzt bestimmt nicht... Oh, fast getroffen. Da riskier ich jetzt nicht Kopf und Kragen für ne Rune. Trau ich mich das? Weil ich möchte nicht, dass dieses blöde Sonic-Zeug nochmal kommt. Und... Es könnte auch was total geiles rauskommen. Hm... Hyperions Ring. Nehme ich an. Nehme ich an. Und... Letztes Mal hatte ich ja einen Death Defy beim ersten Boss. Ne? Wisst ihr noch? Wahrscheinlich nicht, weil jetzt keine Sauer alles bis hierhin geguckt hat. Aber da hatte ich ja einen Death Defy. Und ich weiß, dass es dieses Item war, das mir diesen Death Defy gebracht hat. Und deswegen werde ich jetzt zum Waldboss gehen und mit zwei Leben quasi den Boss mal suchen. Vielleicht funktioniert es ja. Ich hab dich nicht vergessen, mein Freund. Alexander. The Forgotten. Ah, das war... Ohhhh. Oh balls! Oh balls. Ohições. Ohologie. Scheiße Gebt mir ruhig alle Leben Das finde ich voll gut Irgendwann habe ich getroffen Mit dem Zauber Das war schon gut Destify Mann, oh 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 Mann Okay, schade Hätte klappen können Hat es aber nicht Ich habe trotzdem einiges besiegt Mit dem Mann kann ich zufrieden sein Argmage meinerlich Ich nehme mal Lich Für 10.000 Köln kann ich mir Bestimmten Helm Plus 5 Plus 5 Plus 20 Leben Aber minus 10 Mal Ja, das nehme ich auf jeden Fall Hast du sonst noch was Neues? Nö, und du? Nein Das wäre mal eine interessante Option Das wäre gut Ich nehme mal das hier Zum Daschen Und wo habe ich momentan den Dash? Hier Dann brauche ich dann nicht mehr Dann habe ich halt zwei Dasche Warum auch nicht Achja, ich wollte mir einmal Einen hier reinsetzen Bitte Und dann Den Helm kaufen Definitiv Leben sind mir definitiv wichtiger als das Mana Und dann Das hier Würde ich sagen Kann ich mir noch hier irgendwas kaufen Was ich eigentlich gar nicht brauche So, nur so zum Spaß Ja, so Und dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Und tschüss Der Runway war gar nicht mal so schlecht, oder?